Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, diesmal mit spannenden News zu UFC 267 und UFC 268, dementsprechend viel Spaß bei dieser Episode. Lasst vorüber aber gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follower bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja, kommen wir direkt mal zu UFC 268, ihr habt es im Titel gelesen, Colby Covington bekommt sein Rematch gegen Kamaru Usman und bekommt damit die Chance, diese erste Niederlage wettzumachen. Und das ist natürlich ein super geiler Fight, das ist ein super guter Fight, the Fight to make im UFC Welterweight, gar keine Frage. Und ich denke tatsächlich, ich war damals für Colby Covington, ich hatte damals gedacht, Colby Covington wird das machen, ich habe eine lange Zeit auch gedacht, dass Covington den Rückkampf gewinnt. Und welche Kämpfe haben wir dann gesehen? Wir haben dann Usman gegen Mars Vidal gesehen, Usman gegen Burns, nochmal Usman gegen Mars Vidal und Leute, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Covington sich so weiterentwickelt hat, wir müssen verstehen, dass Usman in der Zeit, in der Covington inaktiv war, war Usman relativ aktiv. Covington hatte seit der Niederlage gegen Usman nur ein Fight, das war gegen Tyron Woodley und Usman hatte in derselben Zeit drei Fights, zweimal gegen Mars Vidal, einmal gegen Gilbert Burns. Und Usman hat sich sehr stark weiterentwickelt, zu einem phänomenalen Striker, zu einem super starken Ringer, der war er aber vorher schon. Und dementsprechend meine erste Prognose, meine erste Einschätzung zu diesem Fight, Usman hat sich zu einem wahnsinnig guten Allrounder weiterentwickelt im Welterweight und ich denke nicht, dass Kamaru Usman gegen Covington verlieren wird. Dann kommen wir zu UFC 267, dort steht Main und Co-Main ebenfalls fest, das Ganze wird aber kein Pay-Per-View, zumindest in den USA nicht, ich weiß nicht, wie die UFC das nennen wird, ob das jetzt eine UFC Fight Night wird oder sonst was, aber UFC 267 wird nicht UFC 267 heißen. Im Main Event haben wir Jan Blachowicz gegen Glover Teixeira, super geiler Fight, also Glover Teixeira bekommt endlich hier seinen Titelfight gegen Blachowicz und ich denke, das wird auch ein spannender Fight, klar, beide sind nicht mehr die jüngsten, sind alte Haudegen, aber Glover Teixeira hat es sich absolut verdient. Co-Main Event von dem Event wird sein Pjotajan gegen Elgermain Sterling 2, Pjotajan will hier seinen Titel zurückerobern, wir erinnern uns an den ersten Fight zwischen den beiden, Pjotajan hat einen guten Kampf gemacht, lag auf den Punktzetteln vorne, also Pjotajan hat diesen Kampf geführt auf den Punktzetteln, dann gab es das illegale Knie, was Elgermain Sterling so hart getroffen hat, dass Sterling nicht weitermachen konnte. Dementsprechend gibt es jetzt den Rückkampf Ende 2021. Also UFC 268 vermutlich im November, vermutlich im Madison Square Garden, aber da ist man sich noch nicht ganz sicher, also das MSG ist immer meistens, also seitdem die MMA New York erlaubt ist, ist die UFC im November im Madison Square Garden, aber ob das so sicher ist, dass das dort stattfinden wird, ist es noch nicht. UFC 267, also Teixeira gegen Blahovitz, das wird vermutlich in Abu Dhabi stattfinden. Und dann war es das mit dieser Episode, folgt Reel of MMA auf Instagram und damit bis zum nächsten Mal. UFC 268, also Teixeira gegen Blahovitz, das wird vermutlich in Abu Dhabi stattfinden. UFC 268, also Teixeira gegen Blahovitz, das wird vermutlich in Abu Dhabi stattfinden.